Was ist die Suche nach Energieeffizienz? Die Suche nach der Energieeffizienz ist eigentlich die Suche nach dem falschen Topos oder Thema. Weil die Menschheit hat, abstrakt betrachtet, zunächst gar kein Energieproblem, solange die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen für alle Funktionalitäten brauchen, haben wir kein Energieproblem. Das Problem liegt in der Art von Energie, die wir bereitstellen. Und die basiert zum größten Teil auf Verbrennungsprozessen Fossilkohle. Öl, Gas. Dabei entstehen Emissionen. Und die sind für das Global Warming verantwortlich. Und diese Emissionen entstehen eben nicht nur beim Betreiben der Häuser, wie wir es typischerweise fokussieren, die Nutzungsphase, sondern sie entstehen bei heutigen Neubauten noch in viel größerem Umfang bei der Herstellung der Gebäude. Infrastruktur muss man genauso dazuzählen wie den Hochbau. Und sie entstehen in der sogenannten End-of-Life-Phase, in der Rückbaufase. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Danke. Vielen Dank.